hey leute ich freue mich gerne über ein abo like oder kommentar abonniert einmal mein kanal dann sehen wir immer die aktuellsten videos willkommen auf meinem kanal mit dem heutigen video der wille des lebens der wille des lebens gehört zu der kategorie motivation motivation ist eines der wichtigsten sachen die uns im leben vorangeben bringen ich habe irgendwo aufgeschrieben primäre motive sind grundbedürfnisse hunger schlafen leidung tragen der wille zum überleben warum der wille zum überleben warum der wille zum leben denn der will zum leben ist die existenz eines menschen wenn der mensch kein milder hat zu leben dann pflanzt er sich auch nicht fort dann wird es die menschliche rasch nicht geben man hat wenn man ziemlich krank ist todkrank oder am ende ist auch dann kämpft man innerlich immer noch gegen den schwein rund ich weiß es ich kann davon nicht sehen ich habe es hinter mir kurz bevor man an den punkt gekommen ist beim überleben und zu leben wo man absolut nichts mehr spürt dann weiß man gut ich kann jetzt loslassen ja davor ist der punkt gekommen also ich mache diese lücken jetzt gerade so weil ich ja gerade meine vergangenheit in der sache zumindest der wille zum überleben und zum leben bitte selber sortieren muss bevor dieser punkt kommt ist man am kämpfen ich hatte einen pneumothorax gehabt ich bin am lebendigen leiber erstickt ich hatte nur schnappatmung ich hatte innerlich hilfe geschrien ich hatte das ganze krankenhaus wach gebrüht aber es kam kein piep raus innerlich ich war in meinem eigenen körper gefangen ich konnte mich nicht bewegen ich konnte nichts machen ich konnte nicht reden ich habe nur noch schnappatmung durchgeführt und habe innerlich geschrien bis irgendwann der punkt war dass die schmerzen vorbei waren und ich mir gesagt habe gut jetzt ist der punkt gekommen jetzt verabschiede ich mich für mich ja ich war weg gewesen bis die ärzte mich mit den maschinen zurückgeholt haben ja deswegen ist der wille des lebens der stärkste wille überhaupt egal wie groß die schmerzen sind auch der wille des überlebens seiner eigenen familie ein vater eine mutter die sein kind im feuer haben in einem haus das brennt die würden sich selber opfern um ihr kind rauszubringen damit sie ihr kind retten können das ist auch ein wille des lebens nein wille des überlebens nicht des eigenen lebens des fremdlebens seines eigenen kindes des lebensgefährten oder lebensgefährten je nachdem das ist auch so ein punkt man darf dich im willen nie unterschätzen die sagt der kampfgeist des lebens ist der letzte wille der gebrochen wird und auch wenn manche sagen ja ich habe keine kraft und so weiter hört da nicht drauf ihr habt mehr kraft innerlich ihr mehr innere stärke als ihr selber von euch glaubt diejenigen die nicht daran glauben das war zum thema der wille des lebens mein standpunkt auch von meiner erfahrung bisher jetzt erzählt wenn euch die folge gefallen hat macht einfach ein abo, like oder kommentar bis dahin